. Das sind die 27 Finalistinnen, die am schnellsten gestartet sind die Favoriten, Anna Fisse, Alfa, Türke, Eberland, Silke, Eberant, Eberlin, U.S. Kitts-Göckchenau bei den 17-Jährigen mit 3-Jährigen, schon 3-mal. Und sie ist ganz alleine vorne Solo-Laurence für Anna Tüste. Platz 3 mit dem Rosen. Alfa, Frenge, Fortuna. Platz 3, Emilia Schwarz. Platz 4, oder vorher, ja. Angela Wirksecker, TV Untersee. Anna Fischte. Alfa, Türke, Eberland. Applaus Alle ganz alleine vorne, wieder die Hitze, Müller, und Arzisterie, bei dem Siebl und Vorjahr. Platz 4, oder vorher, ja. Platz 4, oder vorher, ja. Keine ganz alleine vorne, wieder die Tüze, Müller, und Arzisterie, bei dem Sieblowers, mit dem Siebl und Vorjahr, Ist das sehr offen? Die Athletin vom Stadtteil Grönbach für ein Wettbewerb. Neuer Mitglied. Am 2. Jahr. Die Schule dritte vom letzten Jahr. Das letzte Mal für die Foto-Melodie. Und am 3. Die Athletinen kommen die genügend mehr. 321. Sie sind alle 20, denn oft genug können keine schlechte Saison-Bestleistung ist.